Hallo, mein Name ist Olli Schulz und ich habe richtig gute News für euch. Bald ist Record Store Day und ich habe den Katalog bekommen, was da für ultra gute Platten herauskommen. Limited Edition, Single, 7 Inches ist das gleiche und 12 Inches, alles mögliche, Boxen. Haben Sie Ahnung vom Record Store Day? Kennen Sie den? Ne, aber ich kenne den und ich sage euch eins, der Record Store Day ist ein absoluter Hammer. Ihr könnt euch einfach mal wieder richtig schöne Vinyl-Scheiben kaufen, die besonders sind, die genau an diesem Tag rauskommen. Und das solltet ihr alle machen, weil Musik ist eine tolle Sache. Musik sollte man wertschätzen und ich bin ein großer Verfechter des Record Store Day. Ich habe euch immer gemocht. Kauft euch eine Platte, Kuss auf die Eichel, euer Olli Schulz. Als Musik noch richtig groß war und ich klein und unbedarft, Sangen Lieder, die mein Trost waren, mich jede Nacht in meinen Schlaf. Diese Straßen waren meine Strophen, ich suchte den Refrain.